eine doch die unsichtbarkeit ich sollte erst entscheiden mit der Fassung kommt das mit der Fassung mit Richterfahrer sehr gut reparierte Sonnenbrunnen glas nix na dann vielleicht können wir jetzt irgendwie in der Spelunkgeflecht kommen und den Kandos jetzt überzeugen machen wir uns unsichtbar wo ist denn mein beugender Drache Kacke denn die Drachen würden sich beim Rett verloren nein so ein Mist auch den hätten wir bestimmt noch gebraucht vielleicht was für ein hässlicher gibt es denn hier ich wusste doch dass ich sie kaputt kriege man sollte mich hm ja vielleicht kommt vielleicht hm ich hab so ne Idee Klein Venedig wenn wir jetzt der reparierte Sonnenbrunnen wo das Periscope hängen hm könnte klappen hehehehe mal gucken wie gut er mich jetzt noch sieht oh sehr gut wir sinds dran wir sinds dran wir sinds dran ich sitz im Funkraum da schau her der Stachelbär wenn das mal keine Funkstation ist was haben wir denn da irgendwelche Dias das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein mal gucken was diese Heinis vorhaben Moment mal das ist ja nur gekrakelt da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rum geschmiert das ist doch Hallo Wink Wink bitte kommen oh oh da kommt ein Funkspruch Wink melden sie sich Moment mal die Stimme kenn ich das ist doch Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk Wink so antworten sie doch hier spricht Cletus ich meine das ist doch Cletus klar Poles Verlobter Ex-Verlobter vielmehr scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen besser ich geh mal ran bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen ja sicher Hallo Cletus Wink sind sie das warum reden sie denn so komisch ich rede nicht komisch ich klinge genau wie Wink ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören reden sie keinen Unsinn und kommen sie zur Sache sie wissen doch genau dass uns nicht viel Zeit bleibt also haben sie meine Verlobte aufspüren können sie mein Ex-Verlobte ich meine Goal meine Verlobte warten sie ich habe das Bild besorgt das sie haben wollten sie können es sich als Dia ausdrucken und hier ist das Bild von der Datasette auf der sich die Aufstiegscodes befinden Aufstiegscodes so so der alte Schlösel also immer noch nicht aufgegeben wie war das die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben ja das sagt mein Börsenmakler auch immer brauchen sie noch weiteres Material äh wozu brauchen sie die Aufstiegscodes noch gleich das habe ich ihnen doch bereits gesagt ja sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache ich erkläre es ihnen noch ein einziges Mal sehr gut das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück das wäre ja nicht auszudenken das kann man so sagen eigentlich dürfen sie das alles gar nicht wissen aber ich verrate es ihnen trotzdem weil ich weiß wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind aus Gründen die sie nun wirklich nichts angehen muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten dass Deponia unbewohnt ist davon hängt sehr viel ab alles andere ist unwichtig mhm genau Ulysses der Oberkontrollrat des Organon will kein Risiko eingehen wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht wird er dafür sorgen dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird wie war das? wie war das? dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung den gesamten Bereich um das rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen die Koordinaten finden sie auf dem folgenden Dia als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein aber dann wären sie auch tot bravo sie beginnen zu verstehen warum es mir so wichtig ist Goal wiederzubekommen hoffentlich sind sie jetzt angemessen motiviert sie auch zu finden Kletis out nein einen Moment noch ich verdammt ich hab die was mach ich denn jetzt wenn Kletis die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält wird alles Leben auf Deponia vernichtet aber wenn er sie bekommt wird ganz Deponia vernichtet ich muss ihn irgendwie zuvorkommen und scheinbar hängt alles davon ab wie schnell ich Goal überzeugen kann also letztlich von meinem Scham dann müssen wir die Dia mitnehmen wir müssen die Dia mitnehmen nimm doch die Dia mit Hallo okay wir haben die Dia mitgenommen bist er geht Dia wenn Kletis die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält wird alles Leben auf dem Podia vernichtet aber wenn er sie bekommt wird ganz Deponia vernichtet das ich muss ihm irgendwie zuvorkommen nach draußen wie kommen wir in den Raum mit der Spiegelhands warum die Spiegelhands Vorhand vor auf Moment mal hier ist ein kleines Schild aufgenäht wir müssen draußen bleiben und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweissschild aber verflucht der Welpe ist wirklich niedlich ähm Moment mal wir müssen darunter normalerweise aber verflucht aber du bist doch kein Moment mal wir müssen darunter normalerweise aber verflucht wusst du bist doch kein Welpe ach vernamt und nun vielleicht tja aber was aber wie aber wo aber wann aber wir müssen doch hier go go mufus kumia ja sonst klappt das immer tja ja wenn was muss doch mufus kumia hm und wir vorhang Moment mal hier ist wir ja schlitzschild Moment mal wir müssen darunter normalerweise aber verflucht bist doch kein Welpe schnupf durch den roten schnupf äh was kitty kitty hör mich ähm Moment mal hier müssen darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet der normalerweise ignoriere aber verflucht der Welpe ist hm tja ähm kitty jetzt kommt für die kitty komm kitty 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 komm jo lecker fräschi fräschi seltsam sie blinzelt nicht einmal mhm ist ne flusen damit könnte ich nicht mal eine nacktkatze rasieren rasieren äh rasieren ist ja frisch damit die katze rasieren die hauskatze eines kriminellen sind die katze zu rasieren wäre voll extrem so extrem dass sie mich garantiert zum ehrenmitglied ernennen ja sicher dann wollen wir doch mal was soll das denn das ist ja nur eine stoffkatze aber wo ist denn die echte kitty ach egal oh 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 ähm ja eine stoffkatze ja ah ah huh was hast du getan das wird dem boss aber nicht gefallen abwarten boss boss und jetzt kommt der boss sitzt meine frisur na was für eine frage natürlich sitzt sie der boss wer was was soll das wo ist der boss hinter dieser verrückten da ich habe ein eindringling erwischt arme kitty arme kitty 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 dieser kleine nichtsnutz hat kitty rasiert wie sollen wir mit ihm verfahren ähm das war auch mein gedanke hm aber das sind doch nur zuckungen ähm diese frau leidet unter spaßnen bravo jetzt hast du sie vollständig verärgert also noch irgendwelche letzten worte ähm was hat sie gesagt liegt das nicht auf der hand als ich begnadigt werde wie jetzt eine begnadigung ist das dein ernst ach verdammt und ich dachte schon ich habe donner ein angebot zu unterbreiten ticke he he genau sag mir endlich was dieses zwinkern bedeutet he he rate doch mal äh ja dass ich zu haifischfutter verarbeitet werde bravo du hast es erraten yippie oh nein oh no nade Donner sagt nein Donner sagt nein Й was habt ihr denn überhaupt mit mir vor ticke he he genau hm ich habe noch ein weiteres angebot emotionale ist ganz hoher Ich gebe euch Geld, viel Geld Donner sagt Nein Okay, Donner sagt Nein Ich habe noch ein weiteres Angebot Genau Verdammt Sie irgendwie Sie nickt und dann stellt sie den Kopf Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Ach verdammt Und ich dachte schon Was habt ihr denn überhaupt? He he Ich habe noch ein weiteres Angebot Okay Donner ist ganz ohr Ich könnte doch bei euch einsteigen Donner sagt Nein Was habt ihr denn überhaupt mit He Ich habe noch ein weiteres Angebot Das glaubst du niemals Okay Donner ist ganz ohr Vergess es Ich verhandle nicht mit Verbrechern Wie du willst Nur zu Ein schneller schmerzhafter Tod ist immer noch besser Als diese Farce weiter erdulden zu müssen Donner sagt Nein Wie jetzt? Was denn? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt Ist das dein Ernst oder nicht? Ist ja schön Sie habt ihr nicht krasse gesehen? Ja Natürlich Aber ich kann es kaum glauben Das heißt wohl Dass du jetzt einer von uns bist Herzlichen Glückwunsch Ähm Rufus Rufus Genau Das schaffen nicht viele Zwei Bislang Wie auch immer das vonstatten ging Ja Äh ja Alle anderen sind von Heim gefressen worden Tja Ähm Na dann Ah jetzt kommen wir zur Brücke Das ist vollwertiges Mitglied Da können wir uns die Brücke betreten Oh Turnierhände Mit der Turnierhand kann man jetzt Meine eigene Turnierhand Die Fortage hunt Marvin backend E Mit